Vor dem stark zerstörten Krankenhaus von Serversk im Osten der Ukraine sind frische Gräber zu sehen. Hier wurden Angestellte der Klinik beigesetzt, die bei Angriffen der russischen Truppen getötet wurden. Ärztin Alla Trubatschewa will trotzdem nicht aufgeben. Vor 40 Jahren hat sie hier ihre Ausbildung gemacht. Seitdem praktiziert sie als Hausärztin. Viele Patienten sind zwar geflohen, doch das ist keine Option für die Medizinerin. Die Leute sagen, dass sie mich brauchen. Sie kommen hierher und sagen, danke, dass sie geblieben sind. Ich habe zwar Angst hier, aber wenn jemand krank ist und nicht weiß, was er tun soll, dann benötigt er eben Hilfe. Elena ist Krankenschwester und ebenfalls hier geblieben. Viele Krankenschwestern sind natürlich geflohen. Zwei sind noch übrig. Und eine Laborantin. Aber sie hat im Moment nichts zu tun, weil es kein Material gibt. Das Labor wurde beschossen und alles ist kaputt. Ungefähr 200 Menschen hat sie hier seit Jahresbeginn versorgt, sagt Ärztin Trubatschewa. Einige von ihnen, so ist sie sich sicher, wären ohne ihre Hilfe heute nicht mehr am Leben. Einige von ihnen, so ist sie nicht mehr am Leben. Einige von ihnen, so ist sie nicht mehr am Leben. Einige von ihnen, so ist sie nicht mehr am Leben.